Mittwoch, der 28. August 2019. Es ist 18.25 Uhr. Wir starten in eine neue Runde Lotto-Glück mit Chris Fleischauer. Ja, da sind wir wieder live aus Saarbrücken. Schönen guten Abend und willkommen zu Lotto am Mittwoch. Der Sommer, der will es ja zum Ende nochmal so richtig wissen. Die Sonne, die strahlt fast überall im Land. Und wenn es für Sie gleich richtig gut läuft, dann können Sie mit der Sonne heute noch so richtig um die Wette strahlen. Kugeln und Ziehungsgeräte, die sind natürlich wie immer im Vorfeld ordnungsgemäß überprüft. Es ist alles bereit. Wir können loslegen. Ich drücke die Daumen Ihnen allen jetzt. Viel Glück. Tja, in Berlin und in Niedersachsen, da gibt es seit Samstag schon jeden eine strahle Mann. Und da gibt es noch eine strahle Frau, denn nur dort wurden die sechs Richtigen auf dem Schein angekreuzt. Also sechs Richtigen. Glückwunsch zu jemals rund 810.000 Euro. Und mit dieser ersten Lotto-Zahlrechnung ist es mit der 17. Für den Jackpot hat es ja leider nicht gereicht, weil man wieder die Siegpots-Zahl nicht gewusst hat bei beiden. Und somit geht es heute bei uns. Der Rätselmeld kommt um rund 8 Millionen Euro. Also der Jackpot wächst weiter an. Die nächste Lotto-Zahlrechnung ist die 31. Dafür konnten aber recht viele Spieler bei Nr. 6 die Porten knallen lassen. Im vergangenen Samstag gleich sieben Spiele. Die dürfen sich natürlich, wenn dort alle Zahlen passen, über jeweils 100.000 Euro Frauen. Wir sagen Glückwunsch und ich verrate noch kein Komitee her. Nächste Lotto-Zahlrechnung ist die 10. Wenn Sie nämlich den Schein vom Samstag noch nicht verglichen haben, dann machen Sie das schnelle Fahrrad. Vielleicht gehören Sie dazu. Die Gewinner kommen nämlich aus Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, aus dem Saarland und zweimal aus Nordrhein-Westfalen. Weiter geht es mit der 34. Und ein Spieler, der spart seinen Samstag ganz besonders, der oder sie vielleicht auch kommt aus Baden-Württemberg. Und hatte im Spiel 77 so richtig Glück und rund 1,2 Millionen Euro abgeräumt. Wir sagen Willkommen in der Premiermonie. Die vorletzte, 22, schnappst. Ja, und vielleicht treten Sie ja bitte noch ein Glück, wenn wir bei Ihnen jetzt gleich schon diese 5 über eben die Zuschauer passen. Dann müssen Sie die 6. und die 6. und die 6. Und vielleicht jetzt eben, wenn sie das ist. Da ist sie. Die 14. Also, das sind sie, die 6 Richtigen. Nochmal auf einen Blick fehlt, wie immer an dieser Stelle natürlich noch unsere heutige Superzahl. Und ob die bei Ihnen heute auch wirklich passt, das wissen wir in 15 Sekunden. Ich drücke nochmal die Daumen. Viel Glück. Insgesamt haben wir heute 17,4 Millionen Euro in unserer Ausspielung. Und ich kann es mir auch immer sagen. Rund 8 Millionen Euro, die aktuell in Jack the Park. Und das ist eine Gewinnklasse für die 6 Richtigen von eben und dieser Suchklasse. Die 3. Ja, und damit stehen alle Gewinnzahlen fest. Und die gucken wir uns natürlich nochmals an. Die bringen wir nochmal schnell in die richtige Reihenfolge. Da können Sie nochmal mitschreiben. Da sind sie die Lottozahlen vom heutigen Mittwoch. 10, 14, 17, 22, 31, 34 und die Superzahl eben gesehen, die 3. Weiter geht es mit den Gewinnzahlen der Zusatzlotterien. Die werden ja bereits immer im Vorfeld zur Liveziehung ermittelt. Und wie gewohnt starten wir natürlich mit der Gewinnzahl im Spiel 77. Da gewinnt 9, 1, 9, 4, 1, 0, 8. Und eine fehlt noch. Das ist die Gewinnzahl der Lottozahlen super 6. Da gewinnt heute 1, 0, 5, 1, 0, 4. Ja, das war es schon wieder hier von uns. Alle Gewinnzahlen und Quoten finden Sie wie gewohnt auf lotto.de. Und am Samstag um 19.25 geht es weiter. Dann bin ich pünktlich wieder für Sie hier. Bis dahin Ihnen allen noch eine schöne Woche. Tschüss, machen Sie es gut. Lotto 6 aus 49 spielen beim Original.